Das Buch soll aufzeigen, dass man in jedem Alter seinen Weg finden kann, dass in jedem Alter Lebenschancen stecken, die zu erkennen und wahrzunehmen, der jeweilige Leser für sich erkennen kann. Insoweit ist das Buch zwar auch in einzelne Kapitel geteilt und es hat generell einen chronologischen Aufbau, aber man könnte auch in jedem Kapitel einsteigen und es einzeln lesen, weil dann sozusagen das Verständnis auch unabhängig von dem Verlauf, der vorher genommen worden ist, vorhanden ist.